Die Staatsanwaltschaft Berlin stellt alle Ermittlungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann jetzt ein. Ihr habt richtig gehört. Nach der Verdachtsberichterstattung, wie man das Ganze heutzutage ja in der Presse nennt, sehen wir, dass die Staatsanwaltschaft keine Hinweise oder Sonstiges ganz genau sieht, um weiter zu ermitteln. Und das ist ein wirklich ganz, ganz großer Skandal. Und ich erwarte und erhoffe jetzt für Till Lindemann, den Rammstein-Sänger, zahlreiche Entschuldigungen öffentlicher Natur von verschiedenen Journalisten in verschiedenen Zeitungen, aber auch sogenannten Promis. Aber ich werde sicher sein, aber ich bin mir sicher, dass das nicht folgen wird. Wir gucken uns die Situation an. Mein Name ist Olli. Wenn du neu bist, gerne ein Abo dalassen. Wir gehen direkt rein. Die Berliner Zeitung hat, soweit ich es gesehen habe, als erstes darüber berichtet. Rammstein, Staatsanwaltschaft Berlin, stellt Ermittlungen gegen Till Lindemann ein. Frauen warfen dem hier übergriffiges Falten vor, heißt es, die Staatsanwaltschaft Berlin kommt jetzt zu einer neuen Einschätzung. Und ganz interessant ist ja der Punkt, dass diese Anzeigen wiederum gar nicht von Betroffenen waren, sondern von unbeteiligten Dritten. Und das alleine ist schon krass, denn im Juni war bekannt geworden, dass die bei der Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft mehrere Strafanzeigen gegen den Sänger eingegangen waren. Diese wurden jedoch nicht von vermeintlichen Opfern gestellt, sondern von unbeteiligten Dritten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und klar, wenn Anfangsverdacht besteht, dann soll unsere Staatsanwaltschaft natürlich ermitteln. Nebenbei gesagt, ich habe gerade noch ein Video über Cum-Ex und Strafanzeige von Olaf Scholz gemacht. Da wünsche ich mir auch von der Staatsanwaltschaft Ermittlungen. Da gibt es sie, da gibt es sie nicht. Darauf wird es hinauslaufen. Wir wissen das alle, Leute. Denn überleg doch mal, was hat der Lindemann alleine physisch in den letzten Monaten über sich ergehen lassen müssen? Also da ist schon ganz, ganz, ganz viel passiert in der Presse, in zahlreichen Videos, in Berichten und so weiter und so fort. Eine wirkliche Kampagne, die von unserer Presse hier gestartet wurde. Und das kann doch so nicht sein. Denn das, was bleibt, ist, wie soll man sagen, ein Imageschaden. Ich glaube, Imageschaden ist der richtige Begriff. Denn wenn diese Ermittlungen jetzt eingestellt wurden, mangels Beweisen, ganz offensichtlich, gab es nämlich kein strafrechtliches Verhalten, dann ist dieser Imageschaden wirklich unermesslich. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und wir sehen einen erneuten, riesengroßen, Anführungszeichen, Fauxpas, ein falsches Verhalten, ein falsches Vorgehen unserer Presse, eben nämlich hier so vorzugehen, wie sie es gemacht haben. Was haben wir nicht alles für Schlagzeilen gelesen? Was haben wir nicht alles für Wortmeldungen auch von Besucherinnen des, wie heißt das, der Konzerte gesehen und so weiter und so fort. Das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Wir gucken auch dazu nochmal in einen Weltbericht darüber rein. Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Lindemann ein, heißt es. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Das Verfahren lief wegen des Verdachts der Begehung von ... Delikten sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Tja Leute, daran sieht man einfach mal, wie hier vorgegangen wird. Und ich weiß nicht zu beurteilen, was da gelaufen ist, ob da was gelaufen ist oder sonst was. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich möchte aber jetzt hier an der Stelle mal herausstellen, wie gut ich es finde, dass solche Ermittlungen stattgefunden haben. Und dazu muss man auch nochmal diesen Bericht hier in Erinnerung rufen. Das hieß nämlich am 23. Juni bereits. Das Ganze hatte ja auch irgendwo in Litauen gestartet. Und da hatte die Staatsanwaltschaft dort ganz schnell gesagt, keine Ermittlungen gegen Rammstein in Litauen. Ja, surprise, surprise. Dort ebenfalls keine Ermittlungen. Also das Ganze, ich will nicht sagen, dass es fingiert war von den Frauen oder sonst was. Da kann ich mir kein Urteil darüber erlauben. Absolut nicht. Es ist doch dubios und schwer nachvollziehbar, finde ich, dass sich keine Betroffene bei der Polizei offensichtlich gemeldet hat. Und dementsprechend laut hier Paragraf 177 Strafgesetzbuch ist das Punkt. Gut, Übergriff, Nötigung, Vergewaltigung und alles. Ganze schrecklichen Situationen. Sachen, die da unterstellt oder mit den Paragraphen geregelt sind, dass es offensichtlich das nicht gegeben hat. Warum haben sich sonst keine Betroffenen gemeldet? Es waren ja angeblich so viele. Also da kann man natürlich sagen, okay, die hatten Angst, die wollten das nicht aus Scham, aus sonst was. Gar keine Frage. Okay. Aber keine einzige. Und nochmal, die Ermittlungen haben ja jetzt gezeigt, dass kein Verhalten in dieser Art und Weise irgendwie auch nur annähernd vorgelegen hat. Interessant ist auch, eine YouTuberin, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Kyla Schicks, Scheiks, keine Ahnung, kannst du meine Kommentare als Lautschrift schreiben, ich weiß nicht. Die hatte ja ein sehr, sehr umfangreiches Video ganz in der Anfangszeit dazu auch gemacht. Ihre Anschuldigungen seien in den Vernehmungen zu unkonkret geblieben. Von Schicks benannte Zeugen hätten nichts strafrechtlich Relevantes berichten können oder seien nicht zu identifizieren gewesen und konnten demnach nicht vernommen werden, heißt es hier. Also alles schon sehr, sehr dubios und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, die Dame hatte auch eine Unterlassungserklärung unterzeichnet. Mein Gedächtnis hat mich nicht geirrt, denn hier hieß es am 26. Juli in nordbayern.de einstweilige Verfügung gegen Kyla Schicks oder Kyla? Hier hieß sie nicht gerade noch Kyla? Ja, hier ist Kyla mit Y, hier ist sie mit AY. Das ist alles ein Journalismus, den wir zur Zeit vorgesetzt bekommen, Leute. Das ist der Knaller. YouTube muss Videopassagen löschen, hieß es seinerzeit auf jeden Fall. Also ganz, ganz interessant, dass dort ebenfalls wohl nichts Nachhaltiges dran war, sodass sie das nicht aufrechhalten konnte. Ist schon eine ganz, ganz unangenehme Entwicklung, die wir hier sehen, die mich auch an diesen Fall hier erinnert hat. Der Prozess gegen Gil Ofarim beginnt am 7. November. Und wir erinnern uns hier gerne zurück, wie der Herr Ofarim sich seinerzeit geäußert hat. Und jetzt endlich, endlich im November diesen Jahres finden die Verhandlungen oder die Gerichtsverhandlungen generell erstmalig statt. Und da bin ich auch mal gespannt, was dann die Verteidigungshaltung des Gil Ofarim sein wird. Im Zweifel immer von den Angeklagten. Keine Frage, keine Vorverurteilung. Das werdet ihr bei mir hier nicht erleben. Aber das, was ich wahrgenommen habe und die Zeugenaussagen, die ja auch von der Polizei und so weiter gemacht und dann teilweise auch veröffentlicht wurden, das Video, welches veröffentlicht wurde, die sprechen eine andere Sprache als die Darstellung, die ich von dem Herrn Gil Ofarim wahrgenommen habe. Und ich hoffe hier auf eine klare, lückenlose Aufarbeitung dieses Falles. Denn die Anschuldigungen, die er gebracht hat, die waren wirklich sehr, sehr hart und sind ebenfalls nicht nachvollzogen werden konnten. Und dementsprechend, da muss jetzt auch zivilrechtlich von dem betroffenen Hotelmanager, dem Angestellten, der dort gearbeitet hat, der immens wirklich unter Druck gestanden hat, der irgendwie auch rausgekommen wurde, nachdem da zahlreiche Leute demonstriert haben, ihn angeblich auch verfolgt haben und ähnliches. Ich hoffe, dass hier auf jeden Fall der Rechtsstaat wirklich all seine Macht nutzen wird, damit so etwas hier geahndet wird. Oder sehe ich das falsch? Denn es kann doch nicht sein, dass sich hingestellt wird, so etwas behauptet, so etwas gemacht wird, so etwas getan wird, sei es ein Rammstein, sei es jetzt hier ein Gil Ofarim, sei es ein Hans Wurst XY oder sonst was und dann aber keine Konsequenzen zu fürchten sind oder ähnliches. Das geht mir persönlich so nicht in den Kopf rein. Das ist eine ganz, ganz unangene Entwicklung, besonders auch bei dem Fall Gil Ofarim, wie die Presse sich seinerzeit verhalten hat, auch mit einer direkten Vorverurteilung des Hotels. In Leipzig war es, wenn ich es richtig im Kopf habe und das kann so nicht weitergehen. Da muss sich wirklich journalistische Standards mal wieder zurückerinnert werden, dass die auch eingehalten werden. Aber jetzt schreibt eure Meinung dazu unten rein, abonniert den Kanal, bis zum nächsten und ciao. In Leipzig